Hey Leute, da bin ich wieder. Ja, ein kurzes Infovideo, was leider nicht ganz so cool ist, aber heute ist Sonntag, wenn ihr das Video guckt. Also Sonntag ist heute. Ja, und ich möchte sagen, dass ich am Montag bis Freitag nicht zu Hause bin. Am Freitag komme ich wieder nach Hause. Dann werde ich wieder Zugwiedes aufnehmen. Eigentlich könnte ich heute mehr Zugwiedes raushauen, aber ich muss ja noch Let's Play so klammern, weil ich bin ja eigentlich Let's Player. Das ist eigentlich nur mein zweiter Kanal, aber ja, das ist ein kleines Infovideo. Es kommen von Montag bis Freitag keine Videos. Ich gehe am Donnerstag auch nicht zugefilmen, dafür am Freitag wieder und am Freitag dafür am Freitag gehe ich mit meinem Opa Weitzelsdorf runter, den Triebwagen filmen und ja, das war es eigentlich. Nur ein kurzes Infovideo und haut rein und schau. Tschüss.